hallo hier ist martin von meinem anki ist das die dax analyse für montag den 19 9 2022 und damit den ersten tag nach dem vorfall und zum hexen sabbat war unsere kleine hexe hier flach auf dem boden rumgelegen keine lust gehabt zunge raus gestreckt viel ging da nicht wir hatten uns vorbereitet und hatten darüber gesprochen dass der markt deutlich abflacht in der bewegungsdynamik ganz ersichtlich tempo verloren hat und dass das durchaus als also auch was bullisches werden kann vom muster her sind politische verkeilung oder sowas habe aber auch ganz klar gesagt dass wie mit dem doji zwei tage vorher dass wir dafür auch mindestens mal einfach ein bisschen leistung sehen wollen dass der markt sich einfach wieder hoch drückt und zeigt nee komm ich kann hier wieder über 89 ich kann wieder über 13.000 ich habe die eier in der hose ich habe es auch noch mal bis 13 1 90 13 200 haben gesagt wenn er das nicht tut und nicht über 13 12 89 drüber geht dass dann einfach noch zu viel schwäche drin ist und dass er dann im zweifel einfach weiter runter gegeben wird zur 8 75 und wenn die nicht hält auch zur 700 runter und das hat er gemacht genau das hat er gemacht er ist 8 75 hat dort eigentlich fast gestartet also fast das tageshoch gewesen wenn ich das so richtig erinnerung habe genau es hat bei der 8 75 das tageshoch eröffnet das tageshoch markiert damit sogar ein island gap stehen lassen ja also eine insel kurzlücke dass hier oben ist jetzt quasi die insel die vom gap ausgelöst wurde oben und unten steht jetzt frei und sowas kann in der grunddefinition eines island gaps sogar ziemlich lange offen bleiben glaube ich aber nicht dass er das hier macht aber wir sprechen gleich noch mal oder wir sprechen direkt gleich über die ziele weil der markt sich immer gerne an seinen vorherigen bewegungswellen orientiert und das macht es für den dax jetzt langsam brisant weil die vorherige bewegungswelle die hier ist ja dann kam hier eine erholung und da hat sich von hier jetzt doch deutlicher wieder angefangen runter zu strampeln und wenn man das jetzt einfach mal in punkten abmessen und sagt man geht von hier bis hier vielleicht setzt das von hier oben an dann haben wir bewegungsziele die sich tatsächlich bis 12.200 runde ableiten lassen ja also so in etwa das was dann hier auch per trigger fall markiert ist nach unten auffällig ist auch dass 61 prozent der bewegungswelle hier jetzt schon abgearbeitet worden und sich der markt wenn wir das sehen diese stunden schlüsse seht ihr das die sind exakt auf der linie hier also das heißt der markt orientiert sich dann jetzt schon an dieser vorherigen bewegungswelle und triggert deswegen das 61 prozent die die 61 prozent fibro projektion so deutlich so was heißt das für uns das heißt für uns wenn der markt jetzt beispielsweise wir sehen ja auch hier ist er jetzt nicht am stück nur gefallen nur nach unten bisher ist er nur nach unten gefallen hat keine rückläufe drin wenn der markt jetzt aber einen rücklauf bringt sowas wie hier sowas wie hier sowas wie hier und er macht aber keine höheren hoch sondern sticht bis irgendwo hier so so und so in die mitte rein und dreht dann wieder dynamisch nach unten ab dass dann auch weitere tiefs immer wieder folgen können und er im zweifel dann einfach auch weiter fällt bis zur 2200 und ja also dass das das muss man jetzt ein bisschen ab vor augen halten und das macht natürlich jetzt auch schwieriger eine trendumkehr beziehungsweise doppelt boten auszumachen und das macht glaube ich die nächste woche durchaus ein bisschen würde ich sagen brisant habe ich vorhin schon gesagt weil brisant ist gemein dass er runter geht aber ich glaube das ist keine unbedingt einfach woche ja weil viele dann da sitzen wir ja wohin geht es denn jetzt eigentlich hier hoch runter runter also ich rechne eher damit dass hier ordentliche täuschkörper gestartet werden und noch 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 mehr stößt mir ein bisschen auf dass wir im tag es schaut an der stelle stehen von wo aus ja das letzte mal immer wieder deutlicher nach oben also ganz ehrlich ich hätte auch schon hier nicht unbedingt erwartet dass er noch mal so deutlich zurückkommt das hat mir zwar im webinar so besprochen also die die auch die webinare haben da gucken wir ja auch immer ein bisschen die größere ebene noch haben dort ein bisschen ein größere perspektive einfach gucken uns auch mal monats und wochen chart deutlicher an da hat man auch darüber gesprochen dass er von hier durchaus eben noch mal hier in den bereich rein kann das gäbe hier um die 5 30 6 50 irgendwie wenn er sich von dort wieder runter dreht und dann die linie hier unten bricht dass er dann eben auch richtig abschmieren kann so und grundsätzlich fand ich es aber wie er sich hoch gedreht hat schon er überraschend hätte gar nicht gedacht dass er dass er dass er das so gut hinkriegt und wäre eher davon ausgegangen dass er unter die 500 durchspielt und jetzt sind wir wieder in dem bereich wo er sich jetzt nun schon dreimal sehr mühselig aber immerhin wieder reaktiviert bekommen hat dass wir uns an diese zone da waren wir schon auf neuem tief hier da hat mir das schon überboten sind hoch ein bisschen an fliehkraft verloren sind dann runter sind noch mal bis unten ans tief und haben das doch verteilt das ist schon kraft das ist kraftaufwand hier das hat er aber hingekriegt dann hier runter hier und nochmal bis da hoch auch kraftaufwand hat er auch hingekriegt jetzt wieder per verfall runter gezogen also so vom gefühl waren hier 30.500 rum war viel euphorie mit drin und war auch ich sag mal so ein bisschen dieses vergessen der der konjunkturlage und so weiter spürbar erkennbar und wir kennen den markt der markt ist nicht immer so dass er sagt er spiegelt alle das was sind nachrichten wieder ist wir kennen genug szenarien in denen der markt altzeithoch nach altzeithoch generiert hat und die leute alle da standen warum und die märkte spinnen doch und die ignorieren total die wirtschaftliche lage und die notenbanken und das kann doch nicht klappen und das muss doch alles und der markt ist einfach weiter gestiegen das kennt man vom markt der markt kann das wunderbar dass er eine negative ein negatives umfeld dazu nutzt um einfach zu steigen entgegen der erwartung von den leuten genauso wie er auch manchmal fällt ohne dass es einen grund tatsächlich dafür gibt es ist eher selten dass zum beispiel wenn jetzt eine ukraine kommt und es dazu kriegerischen handlungen gibt dass dann der markt tatsächlich richtig nach unten durchscheist kaliert das auch eher selten wir erinnern uns an den einmarsch hier ukraine das war glaube ich hier unten und seitdem ja haben wir nicht so viel verloren ne das ist wie ein bisschen auch im wti wir stehen ja momentan tiefer als als noch so zum ukrainischen einmarsch und das das sind einfach immer so punkte wo ich sage wenn wir die leute zu sehr negativ werden und das auf die nachrichten beziehen ist das häufig schon mal so ein triggerpunkt dass es eben dann doch weiter steigt also hier war das ganz besonders markant wir haben hier bei 12.500 unsere etfs gekauft und da gab es aber auch böses blut und dann hier hoch zu haben wir wie gesagt bis 14.800 jetzt rücklauf also was ich da teilweise auch für für mails bekommen habe wo leute sich wirklich frech und auch wirklich drastisch im tonfall vergriffen haben was ich denn doch für ein schlechter analyst wäre und warum ich denn nicht die nachrichten mit hinzuziehen würde dass auch der markt gar nicht steigen könne und er hat aber trotzdem sich über 2000 punkte aus dem kreuz geleiert und ist hier hochgegangen und ich stand jetzt noch nicht wieder unter diesem punkt wo wir die idee die etfs zugekauft hatten ja also was ich sagen will ist dass aktuell dieses sentiment diese stimmung schon wieder deutlich negativ spürbar wahrzunehmen ist und dass die leute jetzt auch schon tatsächlich dolle darüber nachdenken hier auch lange shorts zu platzieren es ist ja technisch sogar richtig ist es ja gar nicht verkehrt aber mich stört dass die leute das so sehen weil in der regel der markt eigentlich am besten dann fällt wenn alle da stehen und sagen das ist doch total übertrieben dass der kann doch gar nicht fallen ich erinnere mich da sehr sehr gut noch an die bewegung in corona zu der vor allen dingen ganz 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 viele noch ein total falsches bild im kopf haben ne für viele war das so klar dass es gefallen ist aber die tatsache war tatsächlich in der bewegung drinnen dass ganz 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 viele da stand und gesagt das ist ja vollkommen übertrieben das ist doch nur eine krippe weil da gab es ja auch noch kein lockdown da gab es noch nix da war nix da nix greifbar da gab es in italien das erste abgeschlossene dorf und in deutschland 100 infizierte als wir hier unten waren und übrigens auch unsere etfs gekauft haben ne bei ich weiß gar nicht 8000 was hat man genau 8900 oder sowas haben angefangen ne hier haben unsere etf spartplan angefangen prämiom dienst und dann bei 11400 dann 12500 also das sind halt immer so diese tiefpunkte wo die leute hier waren sie auch besonders negativ das war genau das gleiche es war us-wahl da hat keiner drüber geredet da haben alle drüber geredet dass ein neues lockdown thema in deutschland thema war und es wieder in den lockdown gehen sollte im november da war es ende oktober und die leute der meinung sind jetzt geht es wieder und das tief drunter hier ist es aber nicht es ist danach gestiegen trotz lockdown ne und bis zu einem neuen allzeithoch hoch und von daher bin ich momentan muss ich ganz ehrlich sagen habe ich wieder so ein bisschen jetzt so ein kleinen sentiment schmerz einfach im nacken weil ich merke dass viele doch deutlich negativ gestimmt sind durch konjunktur nachrichten gewinnwarnung und so weiter und der september nähert sich langsam an dem ende das heißt das schwache quartal ist bald zu ende und dann kommt das starke quartal und ja ich bin sehr gespannt wie das ausgeht also es sieht von der technik müssen wir sagen wirklich auch negativ aus aber vom feeling her würde ich fast denken unser dax macht dem strich durch die rechnung wir haben ein fallendes dreieck fast stehen wir haben ein fallendes dreieck stehen wir haben tiefere hohes wir haben auf gleichem niveau die tiefs vielleicht kommt auch noch ein drittes dazu es wäre ein fallendes dreiecks wäre der perfekte indikator um unten raus zu gehen aber ich möchte bitte auch dass der unten raus fällt genauso wie wir am donnerstag gesagt haben oder am freitag gesagt haben dass er über die 1289 13.000 rüber muss um stärke zu demonstrieren das hat er nicht getan ist so unten raus gefallen genauso muss er hier auch wirklich die 12 500 einfach mal rausnehmen aber so wie so negativ wie die stimmung gerade momentan schon wieder ist würde ich fast davon ausgehen dass der sich in der kommenden woche hier einfach wieder ein puck macht und noch mal nach oben zieht also bin ich sehr gespannt macht ihr das aber nicht habt ihr bitte trotzdem im hinterkopf im ohr dass wir auf direkten wege erstmal eine 12 2 anlaufen können dann kurzer rücklauf und dann weiter richtung 11 4 also das ist das ist auf jeden fall soweit erstmal bestätigbar und aus technischer sicht auch ableitbar und auch richtig ja und gibt auf jeden fall denen recht die hier auch shot probieren ich finde das gar nicht wie gesagt das ist technisch nicht verkehrt das sentiment passt mir bloß einfach nicht und wer die analysen länger verfolgt weiß dass wir das immer wieder kombinieren immer schon immer kombiniert haben und das ist oft auch wirklich hilfreich war ein bisschen zu beobachten wie die anderen sind nicht immer auf den tag genau manchmal kommt es zwei tage drei tage vier tage eine woche später was gesagt ist aber es ist trotzdem immer wieder ein bisschen beobachtbar genauso wie ja nicht genauso wie ist einfach so punkt ja also fakt ist wir haben vor augen wir haben fallendes dreieck wir haben eigentlich eine negative chart vorlage das macht es im dax einfach unten raus zu fallen ich möchte das aber dann auch sehen ich möchte weitere tagestiefs und man darf hier man darf hier shorten solange eine fällt ne unter 12 700 wäre die 12 500 das nächste die 12 3 40 und eher sogar die 12 200 das sind die nächsten ziele das ist auch für die ich sag mal für die nächsten 1 2 3 tage vielleicht die erreicht werden können und geht immer davon aus dass der markt in trend richtung beschleunigen wird das ist sehr üblich ja dass der markt wenn er auch neue niveaus bricht oder auch unter so eine 12 400 dass dann wirklich auch mal so eine 200 punkte stunden kerze nach unten kommen kann das muss man vor augen halten insbesondere für die die longs halten dass sie sich einfach auch sagen hier ab dem niveau gehe ich sicherheitshalber erstmal raus und das ist mir zu heiß weil das tut dann halt richtig weh wenn der markt dann aufgeschleunigt und du sitzt in der falschen richtung weil du gegen den trend der kurzfristig noch abwärts gerichtet ist handels kann das kann das richtig wehtun aber und jetzt der knackpunkt weswegen ich auch diese riesenlange einleitung letztendlich stehen lassen habe ist passt bitte auf wenn der eben nicht nach unten geht und das kümmer ganz eng und ganz knallhart absichern indem wir sagen über 8 50 über 8 75 wird ich persönlich short erstmal rausnehmen weil so wie der sack unterwegs ist und so negativ wie die leute schon wieder draußen gönne ich mir echt also habe ich kein vorstellungsproblem damit dass der sich hier einfach wieder richtung 300 500 zurückschiebe 13.300 13.500 ja also in die richtung hier deswegen ist für mich oberhalb von 8 40 oberhalb von 8 75 eher ein long interessant auf kurzfristiger natur natürlich kann der markt von mir dann auch wieder abdrehen und nochmal tiefer und runter gehen aber ich würde meine wenn ich shorts hätte die da erstmal wieder rausnehmen also ein stop loss nachziehen könnte man letztendlich sagen ja dass man dort nicht ergreift sollte der danach trotzdem wieder neue tiefs machen können wir dann probieren das wieder aufzugreifen wieder reinzusetzen und nochmal weiter zu reiten weil ich schon davon ausgehe wenn der hier unten jetzt eben tiefer sticht und auch die 700 fallen lässt dass dann eine 500 kommt 640 665 hier diese zone um die 600 und dann tatsächlich neues tief in angriff nehmen ja also man könnte hier eine trendlinie verlängern noch die die wir dann anlaufen das macht er so das macht er gerne pass mal auf so hier meine ich das ja so und das ist dann naja es ist nicht ganz das ist eher so eine 350 ja 350 200 das wäre mein bewegungsziel eher wenn die 700 und die 500 dann fallen ja aber mir ist das ganz 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 wichtig egal wie negativ die chartlage ist sollte der markt es nicht bestätigen durch weitere abwärtsbewegungen ich sage gar nicht dass er steigen muss ja ich sage aber auch nicht dass er fallen muss ich sage einfach bloß achtet auf den markt achtet auf die kerzen und handelt sie geht mit den kerzen ja das ist oft wesentlich hilfreicher als sich in einer meinung fest zu krallen die einem dann wahrscheinlich nur über den hinterkopf geknallt wird ja und deswegen würde ich oberhalb von 840 875 eher sogar einen long in der wägung ziehen bestimmt erstmal ins gap rein 935 hier oder was das ist wartet wo war der schluss 938 war der schluss und dann 13100 13350 ja so in die richtung aber wenn er fällt zwar verfallen dann ist alles gut das ist bloß das ist meine ausnahme in der ich sage okay da würde ich sagen ähm bricht jetzt hier etwas auch die Tageskraft zum Nasstag wenn ich die so sehe ähm ja würde passen wenn unser Dax jetzt hier eine Grätsche reindrückt und sich wieder zum verfallen mal wieder nur zum verfall hat runterfallen runter plumpsen lassen den summer so oft dass wir Webinare nach dem verfall haben tiefrot woche richtig schlecht und am Montag springt er nach oben wie so ein Flummi ja deswegen pass auf also kurz 840 875 da drüber aufwärts und dann drunter Risiko in die 500 rein 600 rein in die 340 und sogar 200 deswegen mache ich jetzt hierzu wünsche euch gutes Gelingen viel Erfolg am Montag und wir hören uns dann morgen wieder bis dahin tschüss